Hallo und herzlich Willkommen zurück zu GTA San Andreas. So, wir spielen immer noch Carl Johnson und da wir in der letzten Folge ja schön draufgegangen sind, holen wir uns jetzt erstmal hier die Sprühflasche wieder. So, die hat mir ja abgenommen gekriegt im Krankenhaus. Gut, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal raus. Und, äh, ja, nehmen erneut einen Handyanruf entgegen. Schauen wir mal. Hey CJ, es ist süß. Hey, was ist denn? Wenn du nicht respektieren, dann wird niemand respektieren. Du bist zu schnitt, CJ. Du musst dir packen auf ein bisschen Muskeln. Ah ja. So. Ja. Genau, Fitnessstudio, da können wir dann ein bisschen trainieren gehen. Und, was ist, ach so. Wenn du deine Konditionen verbessern oder die Muskeln bla bla bla, blub zulegen willst und dann geh ins Fitnessstudio mit dem Handelssymbol. Und da kannst du die Stun machen und diese Sachen, wenn wir sie vorlesen, selbst sind sie viel zu wenig lange da. Ja, so, jetzt sprühen wir doch erstmal hier dieses Kaffee, die... Yeah, sieben von hundert. Und die Schlagringe sammeln wir dann auch noch auf. So, und... Ren, CJ, rennen. Mal gucken, wie lange er durchhält. Ja, ich würde sagen, da wir ja fast gar nichts auf unserem Konto haben... Jetzt fängt an zu pissen. Na, super. Da wir ja fast gar nichts auf unserem Konto haben... Hallo, Polizist. Ja, und schon ist CJ Mew, schon kann er nicht mehr rennen. Ja, wie gesagt, wir haben ja fast gar nichts auf unserem Konto. Ja, 312 Dollar. Ich könnte das jetzt auf verschiedene Art und Weisen regeln. Ich könnte, ja, ein paar Nebenmissionen machen. Ich könnte... Hallo? Ist da nicht eigentlich... Oder bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Ich suche jetzt den... Einen bestimmten Werden, der immer hier irgendwo rumsteht. Ja, jetzt kann der CJ natürlich nicht mehr rennen. Das heißt, wo bin ich eigentlich? Auf welcher Stelle? Na, ich bin viel Ziel zu weit. Da ist er nicht. Ich muss weiter vor. Also, da ist er nicht. Es ist ja bloß, das Fahrzeug steht jetzt einfach nicht da. Hallo? Mal gucken, vielleicht ist er ja da vorne. Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist er. Da ist er. Komm, CJ rennen. Nein, CJ ist müde. Ja, das sieht man ja. Kondition ist fast bei Null. Muskeln auch. Aber wir haben einen Boxville gefunden. Und können mit diesem Einbrächer Missionen machen. Dann wollen wir doch mal... Drücken wir mal zwei. Einbrächer. Ja. In dieser kurzen, äh... Zwischensequenz... Ja, kann man kaum Zwischensequenz nennen. Hat CJ sich umgezogen. Wenn man das da mal genau hinguckt. Er hat sich eine Maske übergestreckt. Oh, 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 oh. Nein, wir wollen keinen Unfall bauen. Wir suchen uns jetzt... Oh, da ist doch was. Und gleich zwei, gleich drei. Ah, da stelle ich mich jetzt hin. Ich wollte jetzt... Ja, der Bulle fährt einfach hier mal so schön gegen mein Auto. Egal, ich suche mir jetzt erst mal ein Haus zum Einbrechen. Such dir etwas, das sich zu klauen lohnt. Ja, du bist entdeckt worden. Das interessiert mich nicht. Ich renne hier schnell raus. Und dann können mir die Cops nichts. So, dann stellen wir das doch mal ab. Gehen wir einfach noch mal rein. Mal gucken. Vielleicht sind die Leute ja nicht mehr so sauer auf mich. Ne, sind gar keine mehr da. So, komm. Knapp dir das Ding schon. Ich hab ja jetzt hier voll das Schleichen vergessen. Da muss ich jetzt doch ein wenig mehr drauf achten. Dass ich doch etwas langsamer hier durch das Haus gehe. Und, ist da noch was? Na? Sieht nicht so aus. Hey, hier in der Küche ist auch nichts. Gibt's ja nicht. Jetzt schnell mal... Oh, oh, oh. Ich geh jetzt lieber raus, bevor hier die Cops auftauchen. Suchen wir uns ein anderes Haus. Da sind ja noch mehr. Komm, zieh zu der Hilfe einfach mal rüber. Hey, das sind ja vier Häuser nebeneinander. Meine Güte. Ich hab hierbei eine andere Mission noch nie... Oh, oh, oh. Langsam, CJ. Langsam. Ah, jetzt kann man schnell gehen. Wir haben ja immer zehn Sekunden Zeit zum rausgehen. Und, das ist ja wunderbar. So kriegen wir das ja schnell, schnell, schnell hin hier. Tschüss. Komm, jetzt gehen wir hier nochmal hier rein. Vielleicht, äh... Hier, da steht der Fernseher wieder... Also, ich lege es hier überhaupt keinen Wert auf langsam sein. Und aufpassen. Das kostet alles nur Zeit. Und ich kann ja das Haus so schnell wieder verlassen. Das ist ja... Wunderbar geht das hier. Ich hatte eigentlich vor, das in... In der Gegend von, äh... Winewood zu machen. Oben bei den Villen, da... Die sind immer sehr groß. Da ist viel drin. Gegensatz zu diesen kleinen Häusern. Aber... Da das jetzt hier so schön funktioniert... Ich geh jetzt mal in das Haus rein. Mal gucken. Na, komm, CJ. Na, ach, du willst mich doch jetzt veräppeln hier. Ja, komm, da geht's rein, CJ. Ja, das sind auch wieder Leute. Komm her. Und mach die Fliege. So, und das ist immer lustig. Upp, 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 wo muss ich denn hier lang jetzt? Hallo? Äh, ich glaub, ich spinne. Muss ich jetzt hier um das Haus drumherum? Na, gibt's das? Na, hier geht's auf. Das ist ja irgendwie echt ein komisches... Äh, ja. Eine komische Situation, ein komischer Eingang. Ich glaub, ich nehme jetzt doch wieder dieses Haus hier. Und wie viele Gegenstände habe ich eigentlich schon? Ich hab gar nicht mitgezählt. Blöd, mal überlegen. Da zwei, da nochmal zwei, da eins, und da eins. Sind wenigstens sechs, jetzt hier sieben. Und dann ist gleich acht. Also wenigstens acht habe ich. Finde ich ja toll, dass ich... Finde ich ja toll, dass da diese Sachen immer wieder neu auftauchen, wenn man mal kurz in ein anderes Haus reingeht. Hab da mal von gelesen, hab das aber noch nie ausprobiert. So, jetzt gehen wir mal wieder in dieses Haus rein. Da stand hier auch gleich was rum, ne? Es war doch so. Ja, ein Fernseher. Yeah. Komm. Lass dir doch nicht immer so viel Zeit. So, ich schenke mir das jetzt auch hier die Häuser zu erkunden. Wir wollen ja möglichst viel Beute zu machen. Äh, Beute zu machen. Ja, wie, was eine, was ein toller Salzbau. Wir wollen ja hier möglichst viel Beute machen und nicht, äh, Häuser, äh, begutachten. Wir sind hier immerhin kein Makler, sondern wir sind Dieb. Oh. Na ja. Gut, wir sind Carl Johnson. Und klauen jetzt noch einen Videorekorder. Yeah. Ja, wir sind ja in den 90ern. Da gibt es Videorekorder. Wenn wir in den... Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir gehen in das andere Haus rein, weil sonst muss ich mir nämlich in diesem Haus wieder was anderes suchen. Hab da keine Lust jetzt durch die ganzen Räume zu gehen. So klappt das doch viel besser. Ah, ja, ich glaube, ich hätte das, äh, sofort mal hier versuchen sollen an dieser Stelle. Anstatt nach, äh, immer nach Weinwood zu fahren. Allerdings hatte ich es bisher hier in diesen Gegenden immer so. In dem ersten Haus, wo ich reingegangen bin, waren irgendwelche, äh, Gangmitglieder. Entweder Homies von der Grove oder Ballas. Und jetzt, je nachdem, in welchem Gang-Territorium ich gerade rumgetigert bin. Ja, und die haben mich dann sofort angegriffen. Egal, ob Freund oder Feind. Die haben doch keinen Unterschied gemacht. So, 30 Sekunden noch. Wollen wir doch mal ein wenig schneller gehen. So. Und was haben wir da? Einen Fernseher. Mal gucken, ob ich jetzt noch zweimal in das andere Haus reinkomme. Na, ich kann jetzt, glaube ich, nicht rennen. Nein. Komm, einmal, einmal geht noch. Einer geht noch, komm. Komm, schnell, schnell, schnell. Boah, das war knapp. Okay. Belade den Truck. Es ist heller Tag. Nicht der ideale Zeitpunkt für Einbrüche. Liefere das, was du bereits gestohlen hast. Innerhalb der Zeit irgendwie ab bei der Garage. Ja, wir müssen jetzt zur Garage fahren. Und du, du fährst, gefälligst mal ordentlich mit deinem Motorrad. Oh, die Brüllen sind auch auf, äh, hinter mir. So, aber was ein Vorteil ist, ist, diese, äh, die Garage ist jetzt nicht so weit weg. Also, brauche ich nicht so weit zu fahren. Und, da steht auch wieder ein neuer, schwarzer Boxville. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich heißt der schwarzer Boxville und nicht einfach nur Boxville. Aber, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier an der, richtig lang. Aber, das müsste eigentlich gehen, ja. Doch, müsste passen. So. Ja, ich habe dir noch gar nicht erzählt, was wir für eine Belohnung kriegen. Nein, ich erzähle es auch nicht. Da müsst ihr euch schon überraschen. Da müsst ihr schon die Folge zu Ende schauen. Und, nein. Ich habe etwas vergessen. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu sehen. Ähm, ja. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das weiß ich leider nicht, wie lange ich ihn aufnehme. Aber, jetzt schauen wir erst mal. Wow. Juhu. Juhu. 5.000 Dollar. 5.100 Dollar. Das ist doch schon mal was. Gesamt 16 Gegenstände im Wert von 5.120. Yeah. Okay, wo wir dann gerade hier sind. Hier an dieser Stelle. Ähm, ja. Genau, hier ist nämlich ein Graffiti. Ein gar nicht so schlimmes Graffiti, eigentlich. Weil es von den Civil Femilies ist. Ähm, die sind eigentlich, äh, gehören eigentlich zu den Grove Femilies dazu. Aber, die sind gerade, ja, so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, die gehören gerade nicht so ganz dazu. Die sind ein bisschen verkracht, die Femilies. Gut, ähm, ja. Ich muss nämlich, was ich jetzt noch sagen muss zu den Einbräschermissionen, ich muss insgesamt 10.000 Dollar, ähm, durch Einbräsche verdienen. Und das, äh, dafür, das geht ja nur in der Nacht. Und da ich, da ich jetzt keine Lust habe zu speichern, um die Uhr zu, Uhr vorzustellen und so. Tue ich da einfach mal was Nützliches in der Zeit. Und frühe Graffiti. Hier sind nämlich auch immer einige. Hier unten am Strand gibt's auch eins. Da zeige ich jetzt hier einfach mal ein paar, äh, Graffiti in der Aufnahme. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich die alle zeigen werde. Aber, so ein paar kann man ja zeigen. Und, jetzt schauen wir doch mal gerade hier. Weil, wir haben ja hier so einen schönen Strand und Wasser. Gehen wir doch noch eine Runde schwimmen, oder? Weil, die schönste Neuerung in GTA San Andreas gegenüber den Vorgängern ist nämlich folgendes. CJ kann schwimmen. Und da können wir gleich erklären, wie man schwimmen kann. Wir können auch schnell schwimmen. Und da haben wir jetzt auch gleich schon gesehen, was ich jetzt hier im Wasser holen, machen möchte. Nämlich ein, die erste Oster einsammeln. Und zwar können wir tauchen. Das ist auch prima. Und wir werden es auch innerhalb der Starby noch brauchen. Und wir haben natürlich, äh, noch sehr wenig Tauchpraxis. Ja, die Taucherfahrung ist sehr wenig. Da, deswegen geht der Luftanhaltebalken schnell weg. Aber diese Oster hier ist nicht besonders tief. Die kriegen wir einfach ganz schnell. Und einiges an Tauchpraxis werde ich noch holen müssen. So, die erste Oster ist eingesammelt. Aber die anderen Austern, die werde ich jetzt nicht holen. Da muss ich ja, da muss ich nämlich quer durchs ganze Land tauchen. Und das wollen wir jetzt, äh, erstmal nicht. So, wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. So, wunderbar. Ich würde sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob die vier Häuser jetzt in der nächsten Nacht wieder betretbar sind. Das habe ich nämlich festgestellt, als ich das schon mal gemacht habe, dass, äh, dass selbe Haus, äh, einen Tag später nicht betretbar ist. Wo man am Tag vorher drin war. Und so weiter und so fort. Leute, so Geschichten. So, äh, knallen wir doch dieses, ja. In der Kanal des Nächstwerks sprühen ist. So, elf. Jawohl, wie viel Grafitis habe ich jetzt schon gesprüht? Waren jetzt schon einige. Ja, ich fahre jetzt einfach hier mal kreuzend quer durch die Gegend und sprühe noch ein paar. Wo, 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 wo? Da komme ich rein. Nämlich da an der, da, an der Halle, ja. Am Stadion ist auch irgendwo noch eins. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, in der Nähe vom Eingang. Da fahren wir jetzt einfach hier mal so ein bisschen drumherum. Das muss da irgendwo mal gucken. Da ist der Eingang, aber da ist kein Graffiti. Da kann man übrigens auch eine Challenge machen. Allerdings kann man die erst starten, wenn man schon ein bisschen was an Fahrpraxis erworben hat. Also, das heißt, man muss ein bisschen skillen. So, wo ist jetzt dieses, äh, verdammte Graffiti? Da ist es, da ist es, da ist es. Und wir sollten uns, unseren Boxwill hier nicht kaputt fahren. Den brauchen wir noch. Obwohl, wir könnten uns eigentlich auch einen neuen besorgen. So, das nächste Graffiti. Nummer 12. So, ich würde sagen, ja, fahren wir einfach mal da lang. Da links entlang, weil da sind auch noch Graffitis, die ich weiß, die ich kenne und so weiter und so fort. Ich muss da eben mal kurz aufstoßen. Und hier hinten im Hinterhof. Ja, da vorne ist es. Okay. Hätte es beinahe einen Fehler gemacht und wäre voll gegen jemand gerast mit diesem Auto hier. So, Quote Sweets for Life. über das Vargas Tag gesprüht. So machen wir uns mal einen anderen Sender. Ja, es war auch zwar ein besserer Sender, aber irgendwie die Musik ist nicht viel besser gerade. die meisten Graffitis weiß ich auswendig, aber für einige werde ich wohl auch die Karte benötigen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ob ich sie alle in der Aufnahme zeigen werde. Aber so wie das gerade läuft, könnte ich das ja eigentlich machen. Es könnte nur, obwohl, es könnte doch ein wenig langweilig werden für euch, das anzugucken. Und, ja, überall laufen Cops rum. Ja, quälisches Pflaster hier, Los Santos. Wo ist das nächste? Das ist hier oben. Mal gucken, ob ich da... Ups. Schauen wir mal. Wo ist er dann, der C-Jetter? Ich kletter jetzt... Oh, ich habe einen Vargas überfahren. Das macht nichts. Komm, gehen wir aus dem Weg. Ja, na, du willst jetzt wirklich nicht auf das Auto hüpfen? Ah, doch, geh doch. So, mal gucken, ob er... Jawohl, das hat ja wunderbar geklappt, weil ich glaube, diese Höhe kann er nicht von der Straße aus überwinden. Und, das war Nummer 15. Ja, genau, er hat sich nämlich eben ein bisschen... Ja, der liegt alles noch da. Ja, und den Boden kümmert sich nicht... Ja, komm, aus dem Weg, ich glaube, dir brennt der Kittel. Ah, weg. Ja, wer nicht hören will, der muss eben spielen. Sag da mal. Nein. Oh, 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 ach, ja, beinahe. Jetzt hatte ich mich gerade so gefreut, dass ich den... Oh, da ist ein Betretmaushaus. Ach, das ist das Haus von diesem Colonel Furberger, oder wie er heißt. Keine Ahnung, den... Oh, da war die Flasche all. Den lernen wir noch kennen, da fahren wir auch mit so einem Auto hin, noch ziemlich bald. Ich glaube, in der nächsten Mission für Ryder ist das bereits der Fall, also da könnt ihr euch drauf freuen, dass wir dessen Haus betreten mit Ryder. In einer der nächsten Folgen wird das soweit sein. Gut, und da ist das nächste Graffiti und ja, ich muss gleich mal schauen, ähm, es wird langsam später, in fünf, nein, vier Stunden ist es bereits wieder Nacht und wir können die nächste Einbrecher-Session starten. Schauen wir mal. Ich würde sagen, jetzt fahren wir erstmal da hoch und begeben uns langsam mal in die Richtung, wo wir vorhin auch waren, um Häuser auszurauben. Weil das hat ja doch ganz gut geklappt. So, wo ist das nächste Graffiti? Ich glaube, hier ist eins. Schauen wir mal. Hier zwischen diesen Häusern. Ähm, steig auf, CJ. Muss hier sein. Ich mich nicht täusche, sogar genau hier in dieser, äh, in diesen Zwischenraum oder, oder wo ist es? Ja, nö, da ist es scheinbar nicht. Dann, geh mal hier rüber. CJ, Blue Shops, da ist es. Gut. Ich glaube, die Sprühflasche reicht höchstens noch für fünf weitere. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt gleich noch ein paar sprühen. Sprühen wir einfach mal so lang, bis die, äh, Flasche all ist. Wir sprühen so lang, bis Flasche leer. Das ist doch mal ein schönes, gutes Deutsch. Ups, ich dachte, nein, da muss eins sein, aber da weiter vorne, da ist es. Und bisher hat sich, äh, ja, glücklicherweise noch kein Kopf für unsere Sprühtätigkeiten interessiert. Gucken, ob ich da wieder so raufkomme. Ja, das klappt doch, da ist die, da ist die Fußgängertreppe. Dann ab zurück und so unten zur Auto. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht einfach mal da hoch fahre, oder, oder so. Oder nein, ich fahre jetzt da runter und fahre da vorne oder links. Oder, nein, ich fahre da vorne einfach nochmal an und hoffe, dass die kommt. Ich dachte, hier wäre ein Quarkity. Ist da keins? Na, ich fahre jetzt nochmal ein Stück, na, ich fahre jetzt nicht nochmal ein Stück zurück, das, hier können wir auch mal anders machen. Hier muss auch noch sein, und, oh wey, oh wey, ja, komm, Ignorie halte ich nicht so viel an den Graffitis auf, aber, ich möchte jetzt hier noch eins machen, das da, komm, halt an, so, und dann dürfen wir auch nicht vergessen, beim nächsten Speichern einfach nochmal, ein paar, ja, was eigentlich, nichts Munition, es wird als Munition gehandelt, denke ich, aber Munition ist es ja eigentlich nicht, es ist, ja, Farbe, ja, wir sammeln einfach nochmal Sprühdose ein, in unserem Haus, und es, würde ich sagen, es würde es sagen, ja, ich würde es sagen, 21, na, das ist doch schon nochmal ein guter Wert, und, du bist jetzt nicht, ich bin nicht gefahren, also, ich habe jedenfalls keinen Stern, oh, aber den hätte ich barna hier, oder habe ich ihn sogar, ich weiß es nicht, okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal in die Richtung, wo diese vier Häuser vorhin waren, das ist in dieser Richtung, weil wir die Sprühen jetzt nicht weiter, gleich zwischendurch noch eins, schauen wir mal, ha, Lolo, Ballas, ja, diese Ballas, die können mich jetzt mal gern haben, so, jetzt muss ich gerade überlegen, wo war das denn, war das nicht hier, oder, drücken wir gleich nochmal die zwei, reinbrecher, gucken wir mal, ob hier, na, ich habe es doch fast geahnt, oder, hier kann ich jetzt nicht wieder einsteigen, es ist unglaublich, dann fahren wir halt mal weiter, mal gucken, vielleicht gibt es ja hier in der Nähe noch ein paar andere, also ich weiß es auch nicht, es sieht nach Ballas Territorium aus hier, hat mich schon gewundert, hat mich eigentlich gewundert, es ist keinerlei Ballas hier, drin waren, da sind überall keine Marker vor den Türen, komm, ich bräuchte Marker vor den Türen, na komm, veräppeln kann ich mich doch selbst, warum sind, warum sind da jetzt nicht zwei Häuser nebeneinander, ich will zwei Häuser nebeneinander haben, komm, fahrschon, du, blöder, schwarzer Boxwell, du, so, da ist ein Haus, das ich mir kaufen kann, aber, da kann ich natürlich nicht einsteigen, und, ja, toll, wo sind jetzt endlich mal wieder zwei Häuser nebeneinander, ich will zwei Häuser nebeneinander jetzt, gebt mir doch mal zwei Häuser nebeneinander, schauen wir mal hier, fahr mal in diese Gasse mal rein, ah, hier, wunderbar, nehmen wir das da jetzt, hoffentlich, nerven uns die Ballas nicht so arg, so, als allererstes, gehen wir hier mal rein, so, mal gucken, ob da was drinne ist, hoffentlich keine Ballas, aber es sieht nicht so aus, ja, die Cops, die können mir mal, gepflegt, den, Huckel runterrutschen, und warum hast du das dann jetzt hier losgelassen, du, Trottel, CJ, Mustersign, so, wir haben ordentlich viel Zeit, bin ich natürlich wieder in das selbe Haus, obwohl da ist ja noch was, hallo, CJ, warum nimmst du das Teil nicht gleich, denn du läufst da noch irgendwie komisch gegen die Wand, so, jetzt, ja, was eigentlich blöd ist, ist, dass die Aufnahme jetzt doch sehr lange dadurch wird, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist natürlich Ballas, raus hier, ah, das war so klar, nein, so, da mir San Andreas eben abgeschmiert war, musste ich das alles jetzt gerade nochmal machen, aber, ich habe ein wenig mehr, mehr Zeit gelassen, beziehungsweise, ich habe ein wenig früher angefangen, habe da jetzt nochmal, bin jetzt nochmal hierher gefahren, ging jetzt nochmal und, ja, ich hoffe, dass ich jetzt, äh, äh, genug auf einmal eingeladen habe, weil, das, sonst müsste ich nämlich gerade, ja, sonst müsste ich nämlich nochmal eine, Diebes-Session starten, und, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass, dass diese, äh, Einbrecher-Missionen ja eigentlich nicht zu den, äh, 100% zählen, also, die muss man eigentlich gar nicht unbedingt machen, ich mache sie trotzdem, weil man dafür ein, sehr nützliches Extra bekommt, das, wir hoffentlich jetzt gleich verraten kriegen, äh, ich bin nochmal gespannt, schauen wir mal, so, möglichst nicht die, Karre hier, zu Schrott fahren, und, nochmal da rein, schauen wir doch mal, wow, ich glaub's nicht, 32 Gegenschnitte, 20.480 Dollar, yeah, Einbrecher-Missionen abgeschlossen, 3.000 Dollar nochmal extra dazu, wow, das ist ja, unglaublich, so, und, wo ist jetzt, äh, die tolle Meldung, ja, also, eigentlich, es stand jetzt zwar nicht da, allerdings, äh, müsste CJ jetzt unendlich Kondition haben, das, äh, zwar nicht, äh, ich steig mal aus, mal gucken, was jetzt passiert, das wird jetzt hier noch nicht angezeigt, der Konditionenbalken ist noch auf, äh, ganz unten, aber, CJ kann jetzt rennen, und rennen, und rennen, und rennen, und ermüdet einfach nicht mehr, yeah, das ist doch mal, ein nützliches, 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 ein nützliches Feature, so, also, wir sehen uns dann im nächsten Part, bei Sweet, und, vermutlich, kommt danach auch wieder, weiter, also, macht's gut, und, ciao.